Teamwork ganz weit oben, statt Bakterien zu untersuchen, haben die Astronauten auf der RSS sich jetzt einmal daran versucht, wie es ist, in Schwerelosigkeit Pizza zu backen. Die schwebenden Teiglinge werden belegt, Soße drauf und dann in Alufolie eingewickelt in diesen Koffer. Das ist der Ofen. Wie NASA, die das Video veröffentlichte, mitteilte, war das Pizzabacken Teil eines Videoabends hoch über der Erde. Welche Filme auf dem Programm standen, ist Ihnen das nicht überliefert.